Ja hallo, ich bin Philipp und ich suche dich. Ich habe eine Vision gehabt. In dieser Vision geht es darum, ein Netzwerk zu gründen, das aus spirituellen Dienstleistern besteht, die egal in welchem spirituellen Bereich sie sich bewegen, mit mir zusammen ein Netzwerk gründen möchten, das darauf aufbaut, den Menschen, der sich für den spirituellen Markt und für den geistigen Markt und überhaupt für das geistige Geschehen interessiert, eine offene Tür anzuschauen. Und diese offene Tür zu nutzen, um sich unverbindlich und kostenfrei überhaupt erstmal ein Bild zu machen, was Spiritualität und geistige Welt überhaupt bedeutet. Und dazu kannst du beitragen, indem du mich einlädst in einen Kreis von Freunden, Bekannten, die mit Spiritualität ihr Geld verdienen und ihr tägliches Brot verdienen möchten und können und dürfen und wollen. Vielleicht aber auch sagen, es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Und dazu soll das Zentrum für neues Bewusstsein beitragen. Es soll für euch eine Unterstützung sein und es soll für denjenigen, der sich in der geistigen Welt orientieren möchte, eine Unterstützung darbieten. Und deswegen muss ich an einer Seite anfangen und so bitte ich euch, die ihr im spirituellen Markt euch schon seit Jahren bewegt, mich einzuladen zu einem Termin in einem Kreis, wo ich euch die Idee des Zentrums vorstellen könnte. Ihr habt weitere Videomöglichkeiten, wo ihr ein bisschen Erfahrung bekommt und Idee bekommt, was das Zentrum bedeutet an sich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch an mich wendet und ich dann zu euch kommen darf. Vielen Dank.